In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel historische Kurse zu einer Aktie bekommst. Als Ergebnis soll in etwa so etwas wie hier zu sehen herauskommen, und zwar zu einer beliebigen Aktie die entsprechenden Daten historische Kurse, wie zum Beispiel auch das Volumen, das Datum, den Schlusskurs, sowie den Hoch- und Tiefkurs und zu guter Letzt auch den Eröffnungskurs. Wie hier zu sehen, können wir das auch dann noch schlussendlich in einem schönen Diagramm darstellen. Steigen wir in das Thema nun konkret ein. Ich werde dazu ein neues Arbeitsblatt öffnen und in der Zelle B3 werden wir unsere gewünschte Aktie hineinschreiben, und zwar den Ticker. Hier die Nvidia, darüber schreibe ich noch den Ticker. Und dann werden wir als ersten Schritt diesen Ticker, den konkreten Datentyp Aktie anpassen. Ich klicke hier, habe dann ein weiteres Menü, in der ich dann auswählen kann, an welcher Börse, in diesem Fall die Nasdaq. Ich bestätige mit OK und könnte nun auch viele Daten beziehen, unter anderem auch den Preis, würde mir aber nur den aktuellen Tageskurs zurückliefern. Das möchten wir bewusst nicht, sondern wir möchten ja die historischen Kurse beziehen. Dazu gibt es eine Funktion in Microsoft Excel, die nennt sich wie folgt, und zwar Börsenhistorie. Und diese ist mit einigen Argumenten bzw. Attributen ausgestattet. Das bedeutet, wir müssen diese Funktion zunächst entsprechend parametrisieren. Das klingt auf das erste Mal sehr kompliziert, wie du aber sehen wirst, ist das relativ einfach. Und wenn du einmal das durchgeführt hast, hast du den Dreh auch heraussen und kannst du es beliebig oft und relativ in kurzer Zeit einsetzen, diese Funktion. Als erstes Argument besprechen wir die einzelnen Argumente durch. Als erstes Argument ist nun mal die gewünschte Aktie auszuwählen. Dazu haben wir bereits diese in der Zelle B3. Das bedeutet, ich selektiere diese, gebe dann ein Semicolon an und kann nun angeben, welchen Zeitraum ich die historischen Kurse beziehen möchte. Sprich, der Startdatum und folgt dann auch das Enddatum. Der Startdatum, bitte berücksichtigen, ist der historische Datumswert. Das bedeutet, ich kann hier beispielsweise die Funktion heute weniger 30 eingeben. Damit ich sozusagen einen Startpunkt definiere und das Enddatum, das möchte ich mit heute definieren. Das bedeutet, ich möchte eine Börsenhistorie von 30 Datenpunkten beziehen. In weiterer Folge kann ich dann noch angeben, ob es sich dabei um Tage, Wochen oder sogar Monate handeln soll. Und zwar im nächsten Argument. Hier kann ich nun bestimmen, ob diese 30 Datenpunkte nun tägliche Dateninformationen sein sollen oder wöchentliche oder sogar monatliche. Wir bestimmen nur tägliche Datenpunkte. Als nächstes kann ich dann noch die Überschriften mit anzeigen lassen, das definitiv hilfreich ist, wenn du auch diese Kurse weiterverarbeitest im Sinne von Diagrammen oder anderen Auswertungen. Das bedeutet, ich gebe hier eine 1 und nun sind wir schon fast am Ende, gebe ich noch an, welche Eigenschaften ich von diesen historischen Werten beziehen möchte. Es ist so zu verstehen, dass wir nun eine Auswahl haben, ob wir das Datum beziehen möchten und der Schlusskurs, den Eröffnungskurs, den Hoch- und Tiefkurs, sowie auch das Volumen. Das bedeutet, ich könnte im ersten Schritt nur das Datum angeben und als nächstes Argument könnte ich noch den Schlusskurs angeben. Wenn ich nun die Klammer schließe, erhalte ich nun entsprechend unseres Tickers den Schlusskurs zu jedem Datum der letzten 30 Tageskurse. Wenn ich aber nun auch die Hoch- und Tiefkurse haben möchte, sowie das Volumen, dann kann ich anhand dieser Formel ein weiteres Semicolon angeben und dort den Eröffnungskurs, den Hochkurs, Tiefkurs, sowie das Volumen wird ausgeben lassen. Wie du siehst, haben wir nun die komplette Börsenhistorie der letzten 30 Tage, sowie den Schluss, Eröffnung, Hoch- und Tiefenvolumen. Mit diesen Daten lässt sich natürlich schon viel bessere Auswertungen konstruieren und ist auch relativ einfach, ohne dass man irgendwelche Webseiten Daten beziehen muss, sondern das ist alles interaktiv bereits in Excel berücksichtigt. Zu guter Letzt, wie so oft, möchte man sich natürlich diesen historischen Kurs auch anzeigen lassen. Dazu kann ich diese Auswahl treffen, und zwar die gesamte Tabelle, und kann dort bei Einfügen nun ein bestimmtes Diagramm auswählen. Und zwar findet ihr das als Diagrammtyp Kurs, und darin gibt es nun die verschiedenen Varianten. Beispielsweise hier, das erste vorgeschlagene Diagramm ist der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs, und relativ häufig zu sehen, auch der Öffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs. Bedeutet, dass hier alle Informationen in einem Diagramm zusammengefasst sind. Wir können uns das einmal näher ansehen. Ich bestätige dieses Diagramm. Aktuell wird es nicht übernommen. Ich versuche einen zweiten Anlauf, und zwar, indem ich das Diagramm hier auswähle. Und zwar über Kurs. Gut, das hätte ich eigentlich ausgewählt. Versuchen wir einen neuen Anlauf, indem ich hier nochmals die Daten auswähle, und dann nochmals auf die Kurse selektiere. Nun ist es mir bewusst geworden, ich muss die Selektion ohne den Volumen auswählen, da ich das Volumen nicht interpretieren kann. Wenn ich dann nun dieses Diagramm auswähle, erhalte ich nun entsprechend die Darstellung. Ich kann diese auch dann entsprechend unserer Vorstellung anpassen. Und zwar, beispielsweise können wir hier im Diagrammbereich die negativen Balken rot darstellen, und die positiven können wir beispielsweise grün darstellen. Ich suche diese noch. Ich finde, das ist nun auf die Schnelle nicht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, indem ihr mir das kommentiert. Ich habe sozusagen vor diesem Video diese Auswahl gesehen, und zwar gab es dann hier eine Auswahl von den positiven abweichenden Balken. Das ist hier aus irgendeinem Grund nicht sichtbar. Vielleicht wisst ihr die Antwort dazu. Ich würde mich sehr freuen und würde mir wünschen, auch im nächsten Video mit dabei zu sein. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!